Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weisst du was? Du bist ein Elender-Echoist. Elender! Warum sagst du mal an Bruno, sagt Miriam? Ja, ja, genau, unsere Kinder. Du vergisst mich ja so gerne, gell? Ich hoffe, du gehst doch nicht in die Kopf zu weinen. Sie brauchen einen Vater und eine Mutter. Dann schlägt doch die anderen! Sie brauchen eins. Wie ist das, endlich? Sie brauchen eins. Es ist die falsche Zeit für verletzte Stolz auf solche Sachen. Es gibt Sachen, die mehr fehlen im Leben als nur so etwas. Ja, ja, ja. Hör doch. Hör doch mal zu. Sie brauchen eins. Die technischen Stolz! Ich rufe nicht aus. Oh Scheisse. Ah, groß ist er das blöd. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ... 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